hallo und herzlich willkommen auf dem permakultur kanal es ist august und das heißt für mich es ist die erntezeit sie ist sehr üppig trotz der trockenheit es hat den ganzen monat august nicht geregnet vor der ernte entferne ich ein drittel der blätter somit geht die ganze kraft in die früchte die erntezeit ist meine liebste zeit da sehe ich immer was gelungen ist was nicht so gut geklappt hat im saison die bohnen haben die trockenheit überlebt trotzdem musste ich jeden abend im august wässern die mulch schicht habe ich dreimal nachgelegt es war der rasen schnitt oder der hecken schnitt alles was der garten her gab aus ersten bohnen kochen wir immer eine leckere bohnen suppe sie essen wir wirklich am liebsten dieses jahr möchte ich sie auch einkochen diese späte sorte ernten wir von ende august bis ende september auch einfrieren habe ich ausprobiert das hat letztes jahr tatsächlich ganz gut geklappt zwischen den bohnen wachsen die kleinen cherry tomaten die kann ich für die bohnen suppe auch ganz gut gebrauchen frisch schmecken die natürlich am besten das ist beinahe ein automatismus sobald die tomaten geerntet wurden schneide ich paar reife auf und entnehme paar samen aus der tomate fürs nächste jahr manche sträuche erscheinen besonders robust die früchte sind süß und so kann man die tomaten selektieren das ist mein saatgut fürs nächste jahr im ersten video erkläre ich schritt für schritt wie mein bohnen zelt angelegt wurde aufgeschichtete der pappe und der wurmkompost waren die grundlage tomaten bohnen und kürbis sind stark zehrer sie brauchen viele nährstoffe mein wurmkompost war genau die richtige grundlage danach kamen drei mulchschichten die die pflanzen vor der austrocknung beschützt haben unter der mulchschicht sind die würmer die kompostwürmer diese ernähren sich von den pflanzen resten zersetzen sie lockern die erde und halten boden leben kreisläufe intakt dafür reicht 30 zentimeter mulchschicht und die pflanzen sind permanent gedüngt der kürbisstrang sieht so aus als ob er aus büchsen würde wenn die ernte kommt dann ist die so reichhaltig so dass wir ganz ganz viele bohnen haben einmal in der woche eine bohnen super reicht es aber so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Für die Bohnensuppe werden erstmal die Zwiebeln angebraten, danach geraspelte Möhren kommen hinzu. Circa 10 Minuten bleibt alles auf dem Ofen und die Möhren müssen weich werden. Paprika klein geschnitten kommt raus. Auch rein und wird mitgebraten. Paprika klein geschnitten. Dieses Mal hatte ich noch Zucchini, die können auch mit reingegeben werden. Wenn du keine Zucchini hast, dann lässt du das einfach raus. Gewürze und klein geschnittene Bohnen kommen auch hinzu. Wer die Säure mag, gibt Tomatenmark oder auch Tomaten frisch mit rein. Meine Töpfe sehen total verrust aus. Ich könnte heulen. Magst du Kartoffeln? Kannst du ein, zwei auch klein schneiden und dazugeben. Alles, was überbleibt, verteile ich auf die großen Gläser und stelle für 24 Stunden zum Abkühlen. Dann wickele ich in eine Decke ein. Nach dem Abkühlen kommen die Gläser in den Keller. Ab November essen wir dann die eingemachte Suppe. Ich mag den mit einem Klecks, Naturjoghurt oder Schmand. Für heute verabschiede ich mich mit ein paar schönen Bildern aus dem Garten und sage Tschüss und auf Wiedersehen. ارquier Untertitelung des ZDF, 2020